Hallo meine lieben Freunde, heute schauen wir mal wie schnell mein Auto wirklich auf eine bestimmte Distanz ist. Viel Spaß und wir werden noch ein paar coole Türfts hinlegen. Bis gleich! So, weiter geht's mit ein paar Aufnahmen in Slow Motion. Viel Spaß! Und nun kommen die Drifts. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Liken und Abonnieren!